Ey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu unserem ersten Roblox Video! Was geht? Alter, das Spiel spielt schon richtig lang und es macht so Spaß, Ente. Ja man, ich find's auch richtig nass. Und zwar hat es ihr voll oft in den Kommentaren gefragt, ey, kannst du mal Roblox machen? Und Leute, wir haben uns das Spiel mal angeguckt und ich find's eigentlich mega nice. Erinnert mich so ein bisschen an Minecraft, nur noch ein bisschen mehr kreativ, dass man eigenes Zeug mit reinbringen kann. Ihr könnt euch das Spiel auch mal angucken, das Spiel ist Free-to-Play und ich find's bis jetzt eigentlich mega nice. Und zwar spielen wir heute eine Pizza-Escape-Map! Alter, ich find das so cool, ne? Diese Jump'n'Run-Maps machen einfach richtig, richtig Spaß. Ja man, auf geht's! Und zwar ist es ein Jump'n'Run, also ich find's bis jetzt ganz einfach, aber teilweise manchmal ist es auch mega schwer. Auf geht's, IT! Die Pizza darf uns nicht bekommen. Irgendwann kommt, glaub ich, hier eine Pizza dazu, die uns dann fressen will. Wir haben die Map ja noch nicht gespielt, weil wir wollen uns natürlich selber nicht spoilern, was hier alles so passiert und so. Aber gucken, wie schwer die Map ist. Ich hoffe, dass sie geht. Und zack, und zack. IT, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich komm noch gut mit, aber... Ich bin schon am Checkpoint. Und Leute, wie findet ihr eigentlich meinen Roblox-Skin? Ich hab ja diesen Entenkopf gekauft, weil ich den einfach mega nice fand. Und natürlich wieder meinen Arthrosenanzug. Und IT sieht natürlich aus wie... Mädchen? Ja, ich bin kein Mädchen. Ich hab mich so gemacht, wie ich auch in Minecraft aussehe. Ja, aber in Minecraft hast du gar keine Haare, IT. Nein, ich bin zurückgekommen. Ja, es gibt meine Frisur gar nicht. Ja, stimmt. Auf geht's, IT. Komm mit. So, nice. Alter, wir sind schon eigentlich voll weit. Wir sind eigentlich echt voll schnell, Mann. Ja, ich mein, wir haben auch heimlich geübt. Ja, Mann. Auf geht's, IT. Los geht's. Kommt, Leute. Wir finden Roblox richtig cool. Ja, ich find's auch mega nice, Alter. So, auf geht's. Los. IT, komm, 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 go, go, go. Hier sind Lego-Steine. Alter, guck mal, hier sind komische Fischis. Oder sind das Hotel auf der Pizza oder so? Ich weiß es nicht. Wir wollen das gerade drüberjumpen. Alter, auf geht's. Zack. Nein, Alter, ich bin runtergeflogen. Lord, fliege ich dabei drunter. Leute, schreibt mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr auch schon Roblox... Oh nein, ich bin wieder runtergefallen. Ob ihr auch schon Roblox ausprobiert habt. Also, ich hab's jetzt zum ersten Mal neu ausprobiert. IT spielt schon ein bisschen länger und ich find's eigentlich echt... Bis jetzt mega, mega nice und mega, mega cool. Auf geht's, IT. Auf geht's, IT. Auf geht's. Alter, ich find das Spiel so lustig immer, ne? Ja, Mann, es ist mal was anderes. Außer Minecraft oder Fortnite oder so. Deswegen will ich mal wissen, wie es bei euch ankommt, ob ihr da Bock drauf habt. So, IT out. Hier balancieren, ein bisschen vorsichtig sein. Komm, wer ist schneller? Du oder ich? Ich bin fast runtergefallen. Ja, Mann, ich auch gerade. So, und... Ah, ich bin am Checkpoint. Hast du es geschafft? Alter, Alter, du bist ja voll der Lama-Arsch, Alter. Was ist mit dir los? Ich fall wieder runter. Vom Wenglam. Hä? Ach so, jetzt bist du schneller als ich. Stimmt, aber ich warte auch die ganze Zeit auf dich. Loll! Alter, die können ja umkippen. Soll ich auf dich warten oder soll ich schon weitergehen? Warte mal kurz. Warte, ich geh schon ein bisschen weiter. Hier haben wir die Würfel. Das ist easy peasy, lemon squeezy. Kommst du? Ja, ich bin sofort da. Achtung. Mal sehen, was hier ist. Okay, die sind ganz normal. Aber ich glaub, die kippen auch weg. Aber oh mein Gott, die Map ist mega cool gemacht. Ich frag mich, wann diese Pizza kommt, Alter. Das heißt ja, die Map heißt ja, nämlich Pizza Escape. Wir heißen eigentlich, wir müssen echt von der Pizza weglaufen, die uns eigentlich verfolgt. Aber hoffen wir mal, dass die Pizza noch kommt. Nein, ich bin runtergefallen. Oh Mann. Du bist eine dumme Ente. Ey, ich bin gar nicht dumme Ente. Du bist eine dumme Eiterbeule. Ja, siehst du, mein Eiswaffel auf dem Kopf? Ja Mann, was hast du damit gemacht? Hast du dein Eis nicht essen können? Weiß gar nicht. Auf geht's, Alter. Wir sind schon mega weiter. Ich bin über die Hälfte schon geschafft. Ich weiß nicht, ob man hier runterfliegen kann. Ich spring mal lieber, ne? Alter, gib dir das mal. Oh. Das schaut mir doch niemals. Nein, Alter, das sieht mega difficult aus, Alter. Echt schwer. Ah. Alter, oh mein Gott. Das ist echt, finde ich, ein bisschen schwer. Also, es ist schon ein bisschen kompliziert, ne, darüber zu kommen. Und das versucht ja noch jemand anders vor der Pizza wegzulaufen. Weil, Alter, du darfst echt nicht vergessen. Wenn wir zu lange brauchen, dann frisst uns wahrscheinlich die Pizza auf, ne? Ja, aber ich muss sagen, das ist echt eigentlich... Man muss hier nur ein bisschen vorsichtig sein, dann geht das. Ja, aber Alter, Alter, wenn mich die Pizza erwischt, dann rächt die sich an mir. Weißt du, wie viele Pizzen ich immer verdrücke? Ja, du bist ja auch bekannt dafür. Ja, Mann, die wird bestimmt voll sauer sein. So, Eiti, auf geht's. Und ich bin da. Verschafft. Oh mein Gott, da sind diese Ballons. Du bist echt mittlerweile schneller als ich, Alter. Jetzt hätte ich ja gar nicht gedacht, Eiti, dass du es so drauf hast hier in Roblox. Ja, ich mag das Spiel einfach. Es ist so cool. Auf geht's, Eiti. Und schaff, und schaff. Wir haben es zusammen gleich geschafft. Weiter geht's, komm. Nicht schnaflassen. Wir packen das. Und zack. Was denn? Die Pizza endlich kommt. Ich frage mich auch, weil die kommt. Wie gesagt, uns wurde eine große Pizza versprochen. Ich hoffe mal, dass die Pizza auch auftaucht. Oh, ich hab's gepackt. Alter, ich schaff das gerade hier in einem Run, Mann. Alter, das ist so cool. Aber jetzt wird es wieder einfacher, habe ich das Gefühl. Ja, ich hab auch das Gefühl, der Macher hat es, der hat es so echt ein bisschen einfacher gemacht. Er ist da schwer und dann wird es echt einfacher. Okay. Wow, die sehen aus wie Fadget Spinner. Ja, Mann, die sehen echt so aus. Oh, ich glaub, das wird dir da ein bisschen schwerer. Obwohl, ja doch, Mann. Alter, ich bin durchgefallen einfach. Alter, so. Zack, du kannst gleich auf den zweiten Punkt. Oh, das ist echt ein bisschen knifflig. So, IT, ich bin da. Wow, aber ich glaub, das hier... Oh, du darfst den Rand nicht berühren. Ja, genau. Lol, ich hab's gemacht, Alter. Ja, du darfst den Rand echt nicht berühren. Denkst du, sowas kann man eigentlich alles in einem Run schaffen? Denkst du, das ist möglich? Ja, Profi schaffen das bestimmt nicht. Hey, du bist kein Profi, IT. Du bist noch lange nicht, Alter. So. Oh, zack. Wir sind da. Aber das ist... Wow. Hä, was ist das denn? Hä? Wie funktioniert das? Komm, du bist den richtigen Weg, Mensch. Ah, stimmt, Alter. Wille, den richtigen Weg. Oh, mein Gott. Erst da grün, dann... Blau. Dann grün, Blau. Wie hast du das denn erraten? Okay, warte, da muss jetzt rot sein. Ja, dann wieder grün. Nein, hä? IT? Ja, weiter geht's. Oh, mein Gott. Wir haben es bald geschafft, oder? Ja, das macht so Spaß. Lol, die ganzen Farben hier sind echt aus wie bei Google oder so. Ist dir das mal aufgefallen? Nein, das ist richtig bunt hier. Ja, Mann. Auf geht's, IT. Auf geht's, IT. Auf geht's. Das schaffen wir doch locker. Lol. Kannst du nur auf die Ringe springen, oder was? Ja. Übel. Lol. Das ist schwer, oder? Ja. Ich habe es zuerst gar nicht verstanden. Ja, ich habe es gerade auch nicht verstanden. So. Und wir sind bald durch. Lass mal ein bisschen durchwaschen. Nein. Hä? Wie bin ich denn da jetzt durchgefallen? Hä? Das ist wieder sowas, wie bin ich das Richtige. Oh, Mann. Das ist ja echt knifflig. Was war das? Grün, Blau, Grün. Rot. Rot. Und Grün. Jumpen. Okay, IT. Weiter geht's. So, zack, 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 zack. Wir sind bald drüben. Alter, wir sind schon echt mega weit eigentlich, ne? Wir sind richtige Profis. Ist so, Mann. Wir sind echt richtige Roblox-Profis. So. Auf geht's. Hier drüber. Und. Darf man das Blau berühren? Nee, oder? Doch, das darf man berühren. Hier rüber. Alter, IT. Oh, mein Gott. Das macht echt mega fun. Eigentlich so Jump and Run hier. Ja. Aber jetzt wird es richtig knifflig. Denkst du wirklich, dass es schwer wird? Bestimmt. So, jetzt hier auf diese Teller. Die sind easy peasy, Alter. Das ist echt viel zu einfach. Ja. Ich meine, vorhin ist die Stange, die war schwer. Ja, okay. Da darfst du auch nicht drüber gehen. Lol, IT. Siehst du das? Alter. Warte mal, wie geht der? Wie geht der Bug? Warte, warte. IT, wie geht der Bug? Alter, komm ich hier raus. Ah, IT. IT, guck mal, wie das aussieht. Gib ihn mal runter, heute. Hey, du musst, ich glaube, noch mal runter, oder? Wie geht das? Keine Ahnung. Wui. Alter, was haben wir gerade für einen Bug gefunden in der Map? Alter, ich bin schon wieder drin. Guck mal. Ey, was geht? Alter, ich bin fast durch. Wie sieht es bei dir aus? Oh mein Gott, ich komme dem Ziel immer näher, Leute. Ey, wir sind bald durch das Jump and Run. Aber es ist echt riesig. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen was übersprungen, Leute. Weil, hey, das ist... Wir brauchen manchmal auch ein bisschen dafür. Es ist ein bisschen knifflig. Aber mit der Zeit kriegt man es echt raus, wie man es macht. IT, wo bist du? Ja, ich bin direkt hinter mir. Nice. Okay, jetzt kommen wieder Ringe. Muss man voll aufpassen. Die finde ich ein bisschen knifflig. Oh, ich muss ja mal gucken mit meiner Kamera. Oh, Alter. Ha. Was denn? Alter, ich war auf dir drauf. Ja, ich habe es gerade gesehen. Hier kann man sich zum Glück ja nicht runterstoßen, ne? Ach. Echt jetzt? Ja, komm mal her. Nein, IT, nein, hör auf. Oh mein Gott, jetzt muss ich sogar vor IT hin kommen, oder was? Ja. Wir dürfen echt nicht so lange so sein, sonst kriegt ihr uns die Pizza, ne? Ja, die ist direkt hinter uns. Mann, ja. Deswegen mach schneller. Ich bin so oft runtergefallen, wenn ihr uns bekommt. Dann frisst ihr uns so einen Roblox halt. Ich weiß nicht, was da noch passiert. Und. Rüber. Auf geht's. Alter, das sieht aus wie das Zeichen von Zelda. Genau, das sieht echt so aus wie dieses Trifurk. Oh Gott, wie das heißt, gell? Hm? So, rüber. Ist was? Macht Roblox total Spaß. Ja, Mann. So, zack. Nein. Oh, ich muss den Rhythmus rausbekommen. Eins, zwei, drei. Oh, nein. Eins, zwei, eins. Nein. Hä? Alter, Leute, vielen Dank nochmal, dass ihr uns den Tipp gegeben habt. Ja, Mann. IT. Hm? Wie funktioniert das? Bing, zwischen die Dinger. Ja, ich habe es geschafft, endlich. Okay, cool. Auf geht's. Ey, wir sind so kurz vor. Jetzt müsste es normalerweise richtig schwer werden, oder? Ja. Jetzt auch nicht. Guck mal, hier ist es voll an das Areal. Obwohl, es ist einfach. Oh, jetzt wird es glaube ich schwer. Nee, die Fische waren heute auch easy peasy. So. Sonst ist das kein Problem. Ja, Mann. Wir sind mittlerweile echt Profis geworden durch die Map, oder? Ja. So. Alter. Oh, nein. Oh, beim letzten Sprung habe ich versagt. Das war gerade voll schlecht von mir. Egal, jetzt schaffe ich es easy. Hoffe ich. Peezy. Oh, meine alte. Lemon. Squeezy. Warte. Oh, zack. Bin bei dir. Alter, Alter, wir sind kurz vor Ende. Du denkst, der Fitcher Spinner beschützt ist da von einer Riesenpizza, die uns jagt hier auf der Map? Ja, bestimmt. Alter, das ist so cool. Ist so. Dürfen wir jetzt auf das Rote? Oh, lol. Ich habe es falsch gemacht. Okay, das war doof an mir. Ich habe nicht richtig geguckt. Nur auf die Roten wahrscheinlich springen, oder? Lol, nein. Ich habe nicht den Rhythmus raus. Okay, IT, warte. Ich bin gleich da bei dir. Und zack. Ja. Ja, nein. Hä, IT, ich schaffe das nicht. Du darfst nicht die Roten berühren. Die Blauen darfst du nicht berühren, oder? Ach so, ich hätte gedacht, ich muss auf die Roten springen. Oh, bin ich doof. Alter, guck mal diese Riesenbodenstange an. Auf, komm, wir klettern hoch, IT. Auf geht's, komm. Wir haben es fast geschafft. Letzter Checkpoint, glaube ich. Und wir sind gleich durch, alter Schwede. Die Pizza kann uns mal nicht mehr fangen, würde ich sagen. IT, wir haben es geschafft. Lol, guck mal, IT kommt durch. Wow, wir sind es geschafft. Und zack, wir haben es echt geschafft. Wir sind echt am Ende. Alter Schwede, war das ein heftiges Ding. Also, Leute, das war es mit dem Video. Wenn euch Roblox gefällt, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schaut bei dir vorbei. Bis dann und tschüss. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.